es ist soweit flohmarktzeit es geht wieder los morgen ist unser letzter flohmarkt für dieses jahr also zumindest wo wir hingehen genau ich habe schon mal den ersten teil beladen da ist noch ein adventskalender den kriegt sie heute auch mal überreicht ja dann werde ich gleich mal das auto wie immer beladen und ja ich bin mal gespannt was morgen los ist ist der erste advent also ich hoffe viele leute suchen noch viele viele geschenke damit wir viele sachen loswerden weil was mir mal wieder so einfach es wird mal wieder zeit für eine palette wir haben schon lange keine palette mehr gehabt ja die hälfte der komposter übrigens haben wir mittlerweile auch schon verkauft das heißt langsam kommt wieder platz rein in die bude würde ich sagen wird zeit dass demnächst mal wieder eine neue palette herkommt so ich fahr jetzt erstmal los zu chrissy und dann sehen wir uns wieder mittlerweile bin ich im keller angekommen mal dazu geholt deswegen sehe ich gut aus deswegen noch ein gutes zeug mit wie zum beispiel diesen wagenanzug der muss jetzt mal verkauft der letzte rest hier noch ins auto und dann ist das geschafft zwischendurch habe ich auch noch eine kleine stärkung bekommen sehr lecker über kaffee glaube ich hängen guten morgen guten morgen so mag zeit eigentlich schlafen zeit bei mir nein nein wir sind hoch motiviert die sterne sind da es regnet nicht ich friere jetzt schon und ich bin noch drin ja langsam wird zeit dass wir los kommen und happy ersten advent an alle juhu juhu weihnachtsmütze nicht vergessen wir sind da ich bin gleich nicht mehr da weil da gibt es noch ein paar millionen ich habe gar keinen platz mehr mein bein hat sich mein linkes bein ist jetzt drei meter schmaler als vorher ja ja weil da steckt aber guck mal da ist noch ein bisschen luft da hätten wir noch sachen reinstecken können ja ok gut dann wir haben jetzt meter mehr mussten wir nehmen ja aber dafür haben wir das auto können paveljong aufsteigen wir haben nämlich ein paveljong dabei wir haben paveljong dabei ich bin der paveljong weißt du du spannst dich über die ganzen sachen der ist in mich eingewachsen jetzt ja ok ja gut dann lass uns mal auslachen aber hier ist noch nichts los hier ist noch nichts los nee hier ist noch nichts los gar nichts und jetzt haben wir fünf meter dafür genommen dafür nichts los ist also wenn hier nicht der bär steppt am ersten advent dann weiß ich auch nicht doch das wird super würdest du mich hier irgendwann mal befreien warte ich wollte noch ein bisschen ja ich wollte erst mal die gegenseite ein bisschen erkunden ich geh noch mal eine runde gucken wie viele schon hier sind ich geh noch mal eine runde gucken wie viele schon hier sind weil ich kann so nicht alleine aufstehen so unser pavillon steht Chrissi baut die kleiderstange auf ja aber macht euch erstmal einen schnicken eindruck so also es geht voran aber immer noch nicht fertig immer noch eins die ist nur halb voll zweieinhalb volle Tüten bisschen platt also ne ja aber sonst hier ist auch aber mal guckt ist kaum was los ne also ganz wenig stände hier da hinten geht es noch weiter da hinten geht es noch weiter okay dann müssen wir nachher noch mal gucken so wir sind fertig mit unserem stand zeige ich gleich noch mal und wir haben gerade gehört das ist der andere flohmarkt wo wir nicht hin wollten was ist der proppe voll proppe voll und hier ist nichts los alles richtig gemacht würde man sagen naja wir haben ja gerade erst angefangen zwei stunden aufgebaut und ich glaube zwei euro eingenommen bisher also läuft so das ist einmal unser stand unsere klamottenabteilung bzw. unsere Jacken unsere Kinderabteilung an Klamotten wir haben einen schönen Abkaufsachsack Krissi am Chips essen machst du Tiktok? ne YouTube genau und unsere Weihnachtsabteilung unsere Gedönsabteilung und Spielzeug Komposter Katze zuhause ne 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 unser Nachbar fragt gerade ob wir eine Katze zuhause haben ne so und der Pavillon das macht sich echt gut damit so dann gucken wir mal dass hier vielleicht nochmal ein paar Kunden zu uns kommen hier ist nämlich noch nichts los so so kleiner Zwischenstand es ist sehr kalt und es ist nichts los hier sehr kalt und nichts los hi das ist gar nicht kalt was ne deswegen tanzt du die ganze Zeit mit der Flohmarktgänger nimmt sich die Handschuhe mit ne also bisher äh ich weiß gar nicht wie lange ist es jetzt drei stunden es ist nichts wir haben noch nicht die Standgebühr drin und ja es ist auch hier nichts los weiterhin also naja wir bleiben guter Dinge und ziehen einfach weiter durch ja wir ziehen hi was haben wir gerade verkauft Komposter auf dem Flohmarkt zwei Komposter auf dem Flohmarkt echt mega wir hatten drei stück mit die ja nicht abgeholt wurden bisher von Ebay doppelt Sonst verkaufen wir zwei für zwölf und jetzt haben wir 15 aber es hat sich gelohnt und wir sind bei komposterlos und haben mehr Platz im Auto nachher das ist doch immer gut Havillon kuscheln naja hast du mich untersprochen ich hab gesagt wir gucken mal also je nachdem wie ich das Auto beladen kriege nachher wieder aber wir können ja noch ein bisschen mehr verkaufen dann passt das auf jeden Fall ok das wäre super ja ich hab sechs Mützen verkauft bei den Mützen die wird mal im Winter und im Fluss sein ja und vier Hubsäcke und ganze Tüle Mützen ja also wir haben noch einiges also wir haben nicht viel verkauft aber dann eben lief mal kurz gut ne ja ganz kurz kommt noch heute die Sonne ums Eck genau ein Anstück Tschüss bis Beka hey ich hatte drei Reiswaffeln mit mir drei wie viel drei Reiswaffeln ja das ist nicht schön das ist die Feierabend Reiswaffe und ich bin auch schon seit sechs Stunden hier das stimmt wir sind aber deutlich zeitiger heute los ja weil hier ist nichts mehr ich hab auch keine Zehen mehr keine Fußzehen die spür ich gar nicht mehr ne ist auch recht obwohl langsam geht's meine Tauern langsam auf ja ja Auto ist wieder voll das ist unser Müll den müssen wir noch mitnehmen Platz ist wieder weg und hier ist auch fast keiner mehr aber wir können es ja auch mal erwähnen das ist dafür dass so wenig los war lief es eigentlich gar nicht mehr so schlecht wir hatten auch schon Flohmärkte da war mehr los sondern wie zum Beispiel und da haben wir mindestens genauso verkauft eher schlimmer glaube ich also die Palettensachen glaube ich waren echt ganz gut der Rest weiß ich nicht kann ich nicht einschätzen also kein Reichtum definitiv nicht definitiv haben wir auch den Stand bezahlt ja deswegen wir machen dafür dass so wenig Leute da waren haben wir doch ein bisschen was verkauft wir machen ja gleich noch Abrechnung und dann ich glaube ich bin gespannt ja wie wohl fühlst du dich das ist ein Traum ich sollte schon immer meinen Kopf in den Müll stecken ja das ist cool ne ja immerhin ist es kein Pavillon mehr haben wir ja gesagt ne du musst nicht mehr mit dem Pavillon zwischen den beiden nach Hause fahren mit dem Müll mit dem Müll auf dem Schoß ist auch schön Hi so wieder am Essen was sonst so äh Auto ist so gut wie leer Abrechnung ist fertig und ja als immer hast du noch im Kopf Abrechnung Abrechnung 250 für den Standkammer war natürlich blöd dass wir mehr Meter nehmen mussten wegen des Autos ähm grundsätzlich für die drei Menschen die dort zu Besuch waren fand ich das jetzt nicht schlecht ja also das ja doch verhältnismäßig war das überhaupt nicht schlecht wir hatten glaube ich auch schon einen schlechteren Flohmarkt das auf jeden Fall denk mal an Rendsburg oder wo das war ja das war ganz übel da war tatsächlich deutlich da war richtig was los und deutlich weniger Umsatz jetzt ging es tatsächlich verhältnismäßig aber es waren noch mehr so einzelne Käufer die mehrere Sachen nennen hatten wir auch schon die großen Sachen einfach weg oh Gott das hat mich richtig glücklich gemacht ja und die Komposter haben wir verkauft die Kaffeemaschine schleppt mir seit Ewigkeiten mit die Zitronenpresse oder Orangienpresse oder was auch immer ja vier Rucksäcke noch weggegangen Aufschlag das war auch gut stimmt genau ja also grundsätzlich kann man sagen war es okay war aber halt tatsächlich echt wenig los also das merkt man schon vom Beschäftigungsgrad dass der nicht ganz so hoch ist wenn da nur wenige Leute lang laufen aber wir fanden trotzdem die Zeit ging schnell um ja aber wir haben auch deutlich früher Feiern gemacht als sonst ja wieder einmal geschafft so das Flohmarktjahr 2022 ist es damit beendet zumindest das selber machen hier ist es ja am Start wir werden richtig durch vielleicht gehen wir nochmal im Livestream genau das können wir auch mal testen und dann ja würde ich sagen bis zum nächsten Mal